Herzlich Willkommen bei das Silvarsi. Ein riesengroßes Thema, was wir immer so haben, was wir immer so hatten, bei den Sammlerfahrern waren diese kleinen Scheißdinger. Das sind Empfänger und so ein Empfänger kostete immer so rund 90 Euro. Einer. Da kann man ein Auto mit bedienen gleichzeitig. Das kann das Auto nicht zum Fliegen bringen. Das Auto wird dadurch nicht schneller. Ihr fahrt dadurch vielleicht ein bisschen besser, aber es kostet trotzdem 90 Euro. Und im Jahr 2019 war es dann auf einmal so, dass zwei Firmen, die Firma Ruddock und die Firma 2Speed. Ruddock ist der Distributor von unter anderem Team Associated. Und ich kenne sogar viele Leute durch die Ruddock Motoren in den Tourenwagen. Die sind sehr sehr gut. Und die Firma, meine zukünftige Angetraute, übrigens wir heiraten übermorgen, kommt gerade rein. Und die Firma 2Speed, das ist die Firma, die Serpent im Distributor hat, als Distributor hat. Und die haben zusammen, ich weiß nicht, ob es zusammen war, die haben einen Empfänger rausgebracht, der Verwechslungsgefahr ist sehr hoch, fast genauso aussieht wie die Sammlerempfänger. Und so ein Empfänger kostet 40 Euro ohne Antenne. Der ist so klein, ich muss die Kamera jetzt mal umstellen. So, da haben wir die beiden guten Stücke. Ich lege die mal an die Hand, weil sonst seht ihr die gar nicht. Die sind so winzig klein, beide Antennen los. Das ist der originale Sander, links für 90 Euro und für 40 Euro halt der TSM. Wie heißt er denn jetzt? TSP48-2A oder R, das kann ich gar nicht so genau erkennen. Funktionieren hervorragend. Die sind genau gleich aufgebaut. Die haben vier Kanäle. Hoffe ich, dass man das da sehen kann. Und halt den Batteriekanal, den brauchen die Elektrofahrer eher nicht. Aber die Brushless-Fahrer, ja Quatsch, aber die Nitrofahrer oder Verbrennerfahrer, die brauchen den als externe Stromquelle fürs Auto. Und wir probieren jetzt mal was. Wir bauen den nämlich jetzt mal in meinen Corali Chronos ein, denn da ist neulich ja der Empfänger gestorben. Jetzt fehlt mir der Inbus Schraubendreher. Ich dachte ich wäre vorbereitet. So eine Scheiße. So, tada. Und jetzt nehmen wir einen Aromax Schraubendreher, um ein 2-Speed-Teil einzubauen. Perfekt. Gehört nämlich beides zu 2-Speed. Also klar, 2-Speed gehört auch zu 2-Speed. Weil ich möchte auch gerne auch mal zeigen, wie man den jetzt bindet und wie man das nachher anlernt. Zumindest bei Hobbywing habe ich das ja schon etliche Male gezeigt in diversen Videos. Aber die Fragen häufen sich halt immer wieder dazu. Die erfolgreichsten Videos der letzten Monate sind tatsächlich der Regler. Da habe ich so grob mal die Funktionsweise eines Reglers erklärt. Und halt tatsächlich auch der Empfänger oder die Funke. Das ist so. So, wir nehmen den 2-Speed-Empfänger. Schließen den an. Und jetzt müssen wir aufpassen, welches Kabel wir nehmen. Das vom Regler, ist in dem Fall das mit der weißen Witze, kommt in Channel 2 und zwar schwarz nach außen. So wie es üblich ist. Jetzt kann es sein, dass ihr bei den originalen Empfängern recht doll drücken müsst. Das müsst ihr bei dem hier nicht. Das liegt daran, dass die Sanwa-Empfänger eine ganz minimal andere Steckerform haben. Da müsste man eigentlich nur einen Haken wegnehmen und dann passt das auch. So, er ist eingebaut. Und was wir auch brauchen, logisch, ist ein Lipo, damit wir ein bisschen Strom haben. Jetzt ist meine Frau gerade rausgegangen, weil gleich geht der Hund hier ab. Nicht, weil er diese Autos hasst, sondern weil er die als Spielzeug ansieht. Unrecht hat er ja nicht. Dann nehmen wir die Sanwa-Funke, stellen die auf... Ich kann das ja mal sehen. Na, ich kann das so nicht zeigen. Auf das Bein-Programm FH4T drücken Enter. Das sieht dann so aus. Kann man schlecht erkennen. Die Funke hat die besten Jahre hinter sich. Man hat hier dann einen kleinen Knopf drauf. Da steht Bein drauf. Da drückt man mit dem Fingernagel mal drauf. Und ich mache das mal lieber von unten, damit man gleich auch sehen kann, dass das blinkt. So, dann zittert er so ein bisschen. Und das war's. Bein Modus aus. Jetzt ist der Empfänger mit meiner Sanwa-Funke verbunden. Das kann man auch ganz einfach und schnell prüfen. Sekunde. Indem man einfach mal lenkt. Und es funktioniert. Keine Hexerei. Es funktioniert tatsächlich. Aber wenn ihr soweit seid, habt ihr das Problem, dass der Regler meistens nicht funktioniert. Bei Hobbywegen kenne ich das auswendig. Ihr drückt den Set-Knopf, drückt den An-Knopf. Dann piekert sich da wild. Und zwar, dann geht es ganz einfach. Neutral. Drücken. Gas. Drücken. Bremse. Drücken. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, macht er nämlich nichts. Ich nehme den Wagen dann immer hoch. Ich empfehle auch, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, entweder das Ritzel abzunehmen, den Motor abzunehmen oder auch die Reifen abzunehmen. Weil sonst scheppert das Ding sofort mit Vollgas los, wenn ihr Pech habt. Hier ist ein Hobbywing-Regler drin. Da weiß ich das tausendprozentig, weil fast alle meine Autos haben Hobbywing. Und jetzt gucken wir mal. Und es ist jetzt auch kein Schalt. Ja, das funktioniert wirklich. Ich möchte jetzt hier nicht mehr machen damit. Ja, so funktioniert das. Neuer Empfänger, 40 Euro. Die Argumente von den Leuten, die sagen, dann war es zu teuer, sind damit passé. Es gibt auch noch einen günstigeren, der kostet dann, ich glaube, 38 Euro. Der hat allerdings eine Antenne dran. Das mag so sein, dass die Empfangsrate dann ein bisschen höher ist. Also sprich, ihr habt mehr Empfang. Aber brauche ich das beim Bäschen, habe ich mir überlegt? Ne, brauche ich nicht. So weit bin ich in der Regel nicht weg. Bei Speedrun, ja, bin ich eurer Meinung. Kann man nicht genug Empfang haben. Wo habe ich denn die Kiste gelassen? Da. Aber beim normalen Bäschen ist man in der Regel so maximal 50, 60 Meter weg. Und da reicht das vollkommen, auch einen antennenlosen Empfänger zu haben. Auf Rennstrecke, Indoor, gleiches Spiel. Outdoor, weiß ich es nicht. Das kann man so und so sehen. Meine Indoor-Tourenwagen haben beide einen Regler, nein, ich habe ja nur noch einen, haben beide einen Regler mit Empfänger inkludiert. Da habe ich also gar nicht das Problem. Und der andere ist brushed. Da habe ich halt einen antennenlosen Sinn, weil man halt diese dusselige Antenne da nicht mehr durchfrickeln muss. Das finde ich da schon ganz von Vorteil, weil so ein Turnwagen Abend im Training macht man dann schon zehn, zwölf Mal den Deckel ab. Das ist dann total lästig, da immer das durchzufungeln. Sieht auch in der Karo nicht so schick aus. Lass ich dann weg. Schraubt die Empfängerbox wieder zu. Die ist beim Kronos nicht. Was hat nicht hundertprozentig wasserdicht. Die Spritzwasser geschützt. Aber ich habe nicht vor, das Ding irgendwo zu versinken. Von daher ist mir das egal. Ansonsten empfehle ich bei allen Autos. Traxxas ist eine Ausnahme, weil die Traxxas Autos haben eine wasserdichte Empfängerbox. Denn dieser Empfänger ist nicht wasserdicht. So und dann haben wir auch schon das Auto wieder startklar. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Silveraci. Ciao, ciao.